So, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker. Wir sind jetzt im Geisterhaus. Ich stelle mal kurz noch ein bisschen meinen Ton zurück, denn mir ist aufgefallen im letzten Part, dass der Ton etwas zu laut war und ich hoffe, dass er diesmal etwas besser ist. So, Geisterhaus. Gucken wir uns an von lieben Diego. Alles klar, los geht's! Blub! Was hat er denn schon jetzt hier gebastelt? Münzen. Ja, Münzen sind immer gut. Also ich bin ja immer Geldgeister, das ist ja alle. Aber... Oh, Geld! Mehr! Wetten, da oben ist noch was? Wetten? Was? Nichts, ich bin enttäuscht. Wenn man schlechteste Level EU-West. Ja, geht's nicht rein. Ein Prank. Der hat mich gerade hier geprankt, ne? Das merke ich mir, Diego. Das merke ich mir. Ja, dann geht's halt hier rein, ne? Nö. Auch nicht. Äh, da ist ein P-Switch! Guck einen an! Wo kommt denn der her? Das ist ein bisschen scheiße, Mauermaker. Da kommen einfach so irgendwie P-Switches her, wo du einfach keinen Plan hast, woher der Scheiß an die Herkunft kommt. Ja, das hat mir jetzt... Das ist bestimmt nicht dasselbe Level. Ne, ist es auch nicht. Ich bin nicht blöd, Diego. Aber was hast du noch vor mit mir? Irgendwann wird da was sein. So, was kommt da raus? Nichts, da kann man rein, okay? Ja klar, ein Scrolling-Level. I had... Wow! Hallo. Bitte, bitte stehen immer auf. Nein, tu's nicht. Nein, lass mich. Lass mich in Ruhe. Schnell, 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 die Münze. Okay, perfekt, gut. Ich habe irgendwie Angst, dass ich jetzt zu leise bin, irgendwie. Tschüss. Gott sei Dank. Also, ich hatte gerade echt Angst. Hey, das war schon. LOL! That was... Too easy! I am the one! Okay. Cooles Level. Aber warum baust du sie so einfach? Die sind selbst für mich zu einfach. Es gibt Level, die zu einfach für Hunter You sind? Ja, die gibt es. Cool, oder? Kriegst du einen Stern von mir? Ja. Schön, Stern. Perfekt. Beenden. Jetzt kommt Münzsuche, ne? Ja, genau. Jetzt müssen wir Münzen suchen. Ist ja mein Hauptberuf im Leben. Ich suche immer Münzen. Mein Lebtag. Münzensuche. Ja, ist ja kein Problem, Walter You. Also, echt. Münzensuche ist no problem. No problem. Okay. Guck mal mal. Hallo, hallo. Guten Tag. Oha, habt ihr diese Skills einfach mal gesehen? Ja? Seid ihr neidisch? Wo ist das Geld? Ich brauche das Geilgeld. Ich brauche Geld. Wo ist das Geld? Da ist Geld. Ich brauche noch mehr Geld. Ich brauche Geld. Hi. Fuck you. Ich brauche Geld. Oh, guck mal wie süß. Oh, guck mal wie platte er doch ist. Gib mir Geld. Oh Gott, ich brauche Geld. Ja. Ja, Geld. Oh, was haben wir das? Nochmal Geld. 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 Ich brauche Geld. Na, 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 na. Ach, da brauche ich. Komm her. Hey, oh, bro. So, ich brauche das fucking Geld. Hau ab. Hau ab. Okay, da oben ist ein Hammerbruder. Da ist er. Guck ihn euch an. Ha. Death. Äh, warte mal. Was ist denn da? Nicht mal tot. Also, ich schätze, die letzte Münster wird wohl beim, äh, Kettenhund oben sein. So ist er nur aus dem Weg nach oben. Oder in der Röhre. Da war ich halt noch nicht. Ne, okay. Da geht's nicht rein. Gut. Kettenhund. Ich hoffe, du hast Geld für mich. Ja, ja, ja. Du bist ja süß. Und Manni. Oh, guck mal wie er, guck mal wie er da mir schnappen will. Aber er schafft es nicht. Das ist schon traurig, oder? Diego, du Tierquäler. Classic My Boss GGM8. Witzig. Oh. Ah, jetzt habe ich was gemeint. Verpasst euch. Verpasst euch. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ach, da oben. Verdammt. Nein, das Geld. Hey, warte mal. Ich wollte gerade sagen. Was ist denn da oben eigentlich? Geld. Ich bin Geldgeil. Ich muss. Es tut mir leid, Leute. Ich muss nach dem Geld. Das Geld ist einfach wichtig. Okay, cooles Easter Egg. Classic. Ich bin 1-Up. Yeah. Nice ist level. Gut, der Raum sieht jetzt etwa nicht schön aus, aber ansonsten passt's. Ich bin glücklich. Ey, sogar mal ohne Fällen, ne? Das ist schon... Das bin ich gar nicht. So kenne ich mich gar nicht. Kriegst wieder einen Stern, Diego. Ich will, dass du weiter Level baust. Wenn du Lust hast, natürlich. Mir ist das egal. Aber wäre natürlich cool. Kommt das Projekt wieder? Wird es weiterleben? Nein, wird's nicht. Ich denke eher weniger. Ja. Da die Interesse einfach auch nicht da ist. So. Ähm. Boss 1. Wie viel Level hast du? Ach, 8. Kriegen wir das hin? Ja. Also wenn's so weitergeht, dann kriegen wir alle deine Level noch diesen Part hin. Das wäre schon ziemlich geil. My World 1. Okay. Was? Warum explodiert hier? Hallo? Na, eigentlich. Nein, ich wusste es! Ich wusste es! Ich wusste es! Komm, mach mir mal den Weg frei. Okay. Ich will nur leben. Nein, ich hätte hoch müssen, oder? Nee. Gott sei Dank. War... ...ne dumme Idee. Oh, jetzt brauche ich einen. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ja! Perfekt. Okay. Okay. Da brauche ich dich wohl. Oh, oh mein Gott. Alter. Ein One-Up-Nummer. Momentchen mal. Okay. Komm, 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 mach mal frei. Perfekt. Das ist ein Red Coin. Das kann mir keinem Mensch erzählen. Ja, klar. Komm, übertreib halt. Komm, lauf, schneller. So. Bowser, ich komme. Aber erst mal nehm ich die Tür. Hey, warte mal. Gibt's gar keinen Bowser-Kampf? Oh, Mensch, hier mal. Das wäre ein bisschen lame. Es muss einen Bowser-Kampf geben. Ja, war mir doch klar. Hi. Hi. Oh, Gott. Yoshi. Boah, war das eng, Yoshi. Oh, nein. Yoshi. Da war er mal. Das war er mal ein kleiner Yoshi. Gott, du kranke Sau, Alter. Du Wahnsinniger. Hallo? Nein, oh mein Gott, bin ich blöd. Habe ich noch eine Chance oder bin ich jetzt wieder klein? Was? Ganz vom Anfang? Ey, Diego, du Drecksau. Ohne Scheiß, ne? Ja gut, also an sich habe ich ja eigentlich alle Münzen gesammelt. Da sammle ich jetzt nicht noch mal alle, weil da werde ich ja echt wahnsinnig ohne Witz. Oh, jetzt war doch ein. Komm her. Oh Gott, ich bin irre. Mann, jetzt regt mich gerade auf, dass der da kein Checkpoint eingebaut hat. Warum nicht? Wieso? Weshalb? Warum? Ah, wow, ein Pilz, super. Okay, okay, jetzt wird's beendlichsten. Also wir müssen ihn mit einem Pilz töten. Das klappt niemals. Okay, probieren wir's mal. Vielleicht schaffen wir's. Oh Gott. Ja, jetzt setzt er den wieder ein. Komm her. Ja. War ja klar, dass es nicht geht. Okay, wir schaffen das nicht als ein paar Schale. Okay, wir müssen die Blume irgendwie behalten. Oh, das ist so nervig. Ich, ich, ich merk's jetzt schon, wie mich das Level anpissen wird. Ich find's halt schade, dass man halt hier kein Checkpoint eingebaut hat, weil, ich mein, so wird man halt schon irgendwie meiner Meinung nach sehr, 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 sehr stark. Und bei dem ganz, ganz einfachen Level hat er einfach dann mal ein Checkpoint eingebaut. Also irgendwie... Ja, uh, ist da wohl ein Fehler passiert. Ich hüpfe nimmer, weißt du was? Leck mich am Arsch. Ich hüpfe einfach nicht mal. Dann, äh, ist das Problem auch weniger. Geht doch. Perfekt. Gottfremds-Anbrüche. Fuckin' Frames-Anbrüche. Nee, weißt du was? Oh. Safe is safe. Tschüss. Das war's wohl. Oh Gott. Wert. Ciao. Ciao. Naja, okay. Also, klar, wir haben jetzt nicht Yoshi, aber ich denke, wir schaffen das. Wenn so blöd. Nein, 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 vergiss es. Nein. Mann, warum kannst du dich was anderes tun, du Arsch? Ja. Ja, das nervt so ein bisschen, dass er immer in diese blöde Panzerung geht. Ja, war doch einfach. Mein Gott, stell ich mich blöd an. Ich möchte da rein, hallo. Ich möchte weg. Schade. Alles klar, also die drei Dinger habe ich ja eigentlich im Grunde genommen gesammelt. Oh Gott! Okay, was sagt die Zeit? Gut, die sagt Ende Gelände. Dann würde ich sagen, die nächsten zwei Level werde ich wohl oder übel in einem anderen Part machen. Ja, erster! Geil, endlich! Ein anderer Jurykord. Wer die Level alle spielen will, geht einfach auf Diegos Account. Beziehungsweise gibt es die Leveler, die eigentlich, ich glaube, ich habe sie eingeblendet, wenn nicht, werde ich sie unten in der Videobeschreibung hinschreiben. Und ansonsten wünsche ich euch noch alle einen wunderschönen Part. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Abonnert meinen Kanal!